Herzlich Willkommen, Freunde! Weiter geht's auf der Suche nach dem Ipplish Trigger. Habam! Weck'n Deutsch! Ähm... Wenn du die Schäle verpasst, benutze die Schäle näher. Diese Schäle schlägt anders, depending auf die Wäsche, die du aufsetzt hast. Use diese weise, um nach vorne zu gehen. Okay. Hm. What the fuck? Egal, ich werd das schon... Oh, irgendwie schon schaukeln. Gebt mal eure Kisten, ja! Bam, bam, bam! Und... Aua, jetzt hat mich ja mal das Tor noch getroffen. So, darf ich euch mal was sagen? Hehehehe. Na, na, na? Na? Tschüss. Eigentlich wollte ich sie fallen lassen, aber gut, du hast sie zerstört. Die Schäle verpasst, wenn du die Schäle verpasst, ich werde mich verpasst. Ich werde mich verpasst. Gut. Hä? Yay! Kann fliegen! So, okay. Weg mal! Weg damit! What? Habt ihr das fliegen sehen? Das Ding ist abgehoben wie sonst was. Okay. Ähm. Kann es sein, dass ich einfach hier mal so ein Ding... draufwerfen kann? Muss ich sogar. Okay. So. Kommt mal her. Lass mich raten. Jetzt muss ich mich umdrehen. Ob ich das Ding platzieren könnte. So. Da lang. Genau. Silver. Das ist ein guter Junge. Dankeschön. Yay! Und vorbei. Wow. Dankeschön. Hallo. Ähm. Ich sehe nichts. Boah. Frame Drop. So. Gib mir mal ein paar Raketen. Wow. Brauche noch ein paar. Na. Okay. Eine Spitzhacke geht auch. Komm. Ja gut. Hör auf damit, du Drecksack. Zwei Schuss. Ist hier noch jemand, der will? Jemand will Nachschlag? Ähm. Wo sind eigentlich die Zugbrücke hin? Mal so nebenbei. Okay. Da kann ich nicht hin. Ah, okay. Versteh schon. So. Okay. Der Schalter. Schalter. Resettet es wieder. Hinten ist aber trotzdem schwerer. Oh, warte mal. Hoch nehmen. Bitte. So. Dankeschön. Eins werfen wir mal weg. Das fliegt auch gut. So. Das andere legen wir jetzt mal wieder zurück. Ich möchte doch mal die Silbermünzen da suchen, willst du erreichen. Dankeschön. Lass mich raten. Genau. Was ich mir dachte. Warte. Wum. Guten Tag. Ich wollte dich noch erwischen. Danke. Mal ein bisschen Munition. Wäre nicht schlecht. Da nämlich noch was vor mir. Sagt dir ein bisschen Munition? Ja. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Nachschlag. Wer will, wer will. Wer hat noch nicht? Und. Bababumm. Hey. Du lebst ja immer noch. Sag mal. Müssen wir erst zu härteren Geschützen greifen, hä? Mein Freund. Roar. Mach mal einen Job. Warte mal. Ich glaube, ich habe die Tür zu brechen. Ha. Okay. Okay. Ähm. Du solltest auch nicht gegen das... Die Wand werfen. Na komm. Wir machen es wieder überdimensional. So. Baum. Äh. Das ist scheinbar nicht Rätselslösung. Okay. Doch. Gewalt ist immer Rätselslösung. Dankeschön. Ähm. Tschüss. Ach, warum? Nehmen wir doch hier was. Passt schon. Löschen. Ja. Hey, warte mal. Komm mal her. Danke. Ich habe noch zwei Schuss. Hey. Komm. Komm. Da. Au. Es hat zwar geklappt, dass ich das Ding, ähm, hochgehen lasse, aber das war nicht mein Plan in der Hinsicht. Och. Matsch ab. Okay, da muss ich eh fliegen. Nein. Nein. Verdammt. Ein wenig zu tief. Verdammt. Verdammt. Ähm. Ich habe doch eben gerade... Ich wollte eigentlich... Das machen. Gib mal hier Munition her, ja? Da hinten auch. Weg damit. Da lebt noch einer. Und Matsch auch ab. So. Also nochmal, die ganze Schose. Ähm. Hi. Macht euch mal ab. Dankeschön. Ähm. Wieso ist diese eine Kiste da eingesperrt? Oh. Für was brauche ich... Für was auch immer ich das brauche? Hoppa. Nein. Das gibt's net. Ich hätte schon keine Fingern mehr gekriegt. Keine Raketen. So. Pam. 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 Ähm. Was hat mich denn jetzt getroffen? Oh. Ja. Du solltest es auf den werfen, genau. Dankeschön. Hatte Spawn-Tower andauernd wieder. Ich laufe einfach in der Mitte, fetschen aus. Ich kann nicht auf die Lasers mit meiner Psychokinesis nehmen. Es sieht so aus, dass ich sie nur anzuhören kann. Oh, da war ein Horn ab. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. So. Pam. Pam. Jeder kriegt das, was er verdient. Und hier komm schon irgendwie nicht weiter. Dann machen wir eben den noch erstmal kalt. Hi. Wow. Da-dam-dam-dam-dam. Gut. Was ist das? Drecksack. Was ist das? Gibt es auch bei dir? Ne. Der wird nur so gestunt, dass wir nichts machen können. Nein. Kisten. Toll, breit voll ab. So. Jetzt aber, jetzt chargen wir auf den hier so richtig. Und zack. Er lebt immer noch. Aua. Drecksack. Ähm. Gut. Batsch ab. So. Einfach Mitte laufen. Achso, wir sind hier. Ha. Ähm. Hi. Züge. Kannst du nicht auch mal schlaufen? Tatsache. Dupli-du. 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 So lange ich mich wahrscheinlich nicht anfahren lasse, ist alles okay. Warte mal. Kannst du da oben auf die Stange? Nein. Auf geht's. Ist aber ganz oben drauf. Yeah. Wir schaffen's. Da ist der Bumper. Hey. Ist dich. Hallo? Oh, hier sind wir. Hi. Mach's ab. Hi. Mach's ab, deine. Ich hab dich schon gesehen. Du brauchst nicht um Aufmerksamkeitsrufen. Ja. Hab dich schon gesehen. Oh, warte mal. Das kann man nicht Hilfe nützen. Hm. Irgendwie kein Schaden. Komm mal her. Komm mal her. Oh, Schipper. Ja, komm. Wir nehmen die Schippe jetzt. Wir schaffen das. Schipper. Tatsache. Okay. Wie heißt denn, eine Spitzhacke? Mist, mein Spitzhacke ist kaputt gegangen. Versuchen wir's eben mit Holz. Holz mit Holz bekämpfen. Ging daneben. Oh, warte. Ein Minecar. Minecar. Autsch. Drecksack. So. Nimm das Minecar, du. Wand. Ich dachte, das ist Minecar. Das Minecar. Ey. Okay. Minecar ist nicht sehr effektiv. Gegen Holzwand. Versuchen wir's eben damit. Gut. Ich will's Minecar trotzdem haben. Können wir ja vielleicht noch gebrauchen. Minecar, Minecar. Oh, yeah. Minecar. Ich will's ein Titelscreen haben. Ach, Mann, oh. Schade. Ich wollte, dass Minecar mein Titelscreen haben. Ist doch unfair. B-Rang. Das war easy. Easy GG Report. Und die nächste goldene Medaille befindet sich in unserer Tasche. Auch wenn ich momentan nicht darauf auslege, die, die, äh, direkt zu sammeln. Ich wusste, dass du zurückkriegst. Du musst. Du musst. Du wieder. Du wieder? Elyse! Es ist Zeit, um zu Ende das zu enden. Mepheles! Warum bist du in meine Richtung? Ich bin Shadow. Shadow the Hedgehog. Ich werde wieder zurück. Hier komme ich! Sag echt. Ich dachte nicht, dass der gegen Shadow kämpfen muss. Okay. Battle vs. Shadow. Bin ich ja mal gespannt. Wo sich der Kampf jetzt unterscheiden wird zwischen dem von Sonic und dem von Shadow. Oh, warte mal. Der schießt? Der kann schießen! Boah! Oh mein Gott, Silver. Ich fühle mich ungut mit dir im Kampf. Wo ist denn der Shadow? Da ist er. Ja! Meine Sachen behindern sich gegenseitig. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich gestunnt. Oh, weg hier! Wollen wir jetzt zurückballern? Ähm... Wäre... Wäre sehr verbunden... Wow! Wenn ich den... Wenn ich den... Wenn ich den Shadow mal sehen könnte! Oh, no! Warte mal, kann ich ihn stun? No! Ach, ich will wissen, ob ich den mit diesem... Nee, kann ich nichts machen. Ich muss weg. Okay. Oh, der ist... Der ist zu schnell, ey. Shit. Ja, ist gut. No! So, komme ich zumindestens mal. Ouch! Okay! Also ich brauche zwei Dinge. Eins, um ihn zu stunnen. Und eins, um Schaden zu machen. Wo ist denn der? Wo ist Shadow? Okay. Wo ist er? Äh? Shadow! Shadow! Bist du? Scheint doch. Wow! Oh! 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 Ich muss ihn treffen! Da! Ich muss ihn treffen! Hallo! Nimm doch mal die Fässer in die Hand! Oh, ich habe keine Power mehr. Bäh! Da! Pam, pam! Wow! Wieso leuchtet der jetzt auf einmal rot? Wow! Wieso leuchtet der jetzt auf einmal rot? Nein! Ein Treffer noch, ja? Ist gut. Gut. Zwei Dinger. Einmal. Und zweimal. Ai, 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 ai. Was ein Fight gegen den! Schrecklich! Und umgekehrt wird es wieder genauso sein, man kann den nicht im Nahkampf wirklich attackieren. Das macht er hier nicht. Ich denke sowieso der Silber verliert den Kampf gegen Shadow. Würde ich mal behaupten. Okay, das heißt wir dürfen jetzt speichern und dann muss ich mich schon verabschieden. Okay, Freunde. Damit würde ich sagen, ich verabschiede mich für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!